Hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem Phasmophobia Video zum dritten Ne das Phasmophobia Video ist tatsächlich erst zum zweiten aber ich habe vorhin schon mal eine Folge Rocket League aufgenommen Irgendwie hat das alles, hasst mich irgendwie, also irgendwie keine Ahnung Wir spielen jetzt Phasmophobia, weil es gab ein Update, es gibt vier neue Geister und eine neue Map Aber die habe ich irgendwie noch nicht bekommen, aber egal Wir spielen jetzt erstmal eine Runde wahrscheinlich nur oder zwei je nachdem Und dann gucken wir mal rein was jetzt alles neu gibt, es gibt auch ein neues Gerät oder so Und ich bin auf jeden Fall gespannt Ach ja und übrigens, ihr habt ja gar kein Licht hier unten, weil ich dachte, es braucht auch eine gewisse Spooky Atmosphäre Aber ich kann auch einfach rot machen Wobei, hier vorne ist jetzt immer noch ein bisschen blau, aber Oh, da ist auch noch eine blau So, wir machen jetzt rot Aggressive way Wir nehmen hier mal den MF-Lieder, stimmt, die Textes wurden überarbeitet Wie gesagt, für mich ist das jetzt nicht mehr so neu die Textes, aber für euch natürlich schon, weil ihr kennt das ja noch nicht Oh, das ist neblig Okay, heute haben wir als Ziele Natürlich, das erste ist ja klar Machen sie ein Foto von einem Geist, lassen sie die MF-Lieder, ich zeige euch das Geist, die werden selber, dann können sie die Geist, die werden selber, dann ja, ja, natürlich Ja, wir gehen erstmal rein und erforschen, erforschen? Er suchen uns mal den Geisterraum Hier mit unserem schwarzen EMF-Reader, ich weiß gar nicht, wo ich meinen habe Ja, keine Ahnung Der würde aber schon irgendwo Hausen Ja, wie gesagt, wir suchen jetzt hier erstmal irgendwie was Irgendetwas Auffälliges entdecken Wie ein Ouija-Board oder Was gibt's noch, sowas Auffälliges? Äh Und wir können jetzt sprinten, aber nur für ne kurze Zeit Okay, aber das ist nice to know eigentlich Okay, wir gehen jetzt hier in den Keller, Leute Auf gruseliger Basis Okay, glaube ich, kann ich so einen fetten Jumpscare Das fände ich aber wirklich geil, dass es in diesem Spiel auch etwas mehr Jumpscares gibt Weil ich finde es so einfach ein bisschen langweilig Muss ich schon so sagen Ne, es ist wirklich nicht langweilig so, aber Was sind das für Bilder? Es ist nicht langweilig, das will ich nicht sagen, aber Ich fände es geil, wenn es manchmal so Jumpscares gibt Die aber dann nicht, ähm, die dich nicht umbringen Sondern die wirklich mir erschrecken und zum Beispiel die Sanity runterziehen So ähnlich wie die Färzen Monster in FNAF oder so Das fände ich echt geil, aber Wie gesagt, irgendwie ist das nicht so in-game, Alter Und ich habe auch gemerkt, ich muss mich mit meinen Händen bewegen oder so Damit die Kamera auch checkt, ah, da passiert auch was Da sollte ich mich nicht ausschalten, weil Da hat sie in letzter Zeit ein bisschen Probleme Und hier ist die Tür offen Oh mein Gott Macht die direkt Schwarzlicht? Oh Also ich dachte, das ist ein Strick, oh mein Gott Jetzt turnt das Spiel Leute, hier ist die Tür noch weiter offen Hallo, guten Tag, Polizei Äh, ja, Schweizer Polizei ist hier am Start Windows 11 installiert Ja Mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen Äh, ich würde, Digga, wieso ist das so neblig, hä? Ist das irgendwie eine Spezialität von dem Geist? Wir können aber auch mal ganz kurz gucken Wie geht es nochmal schon mal? Oh mein Gott Alter, ist ja alles überarbeitet worden Geister Geistertypen Spirit Gespänks Oh, aber das ist geil, dass es jetzt so interaktiv ist Kam ein Neu Obake ist neu Raizu Die Zwillinge Onryo Miling Gorio Hä? Die hier sind alle neu Digga, das sind 5 neue Monster Nicht 4 Die können nicht zählen, habe ich das Gefühl Aber ich finde Och Digga, wieso ist das jetzt hier auch offen? Ich finde es aber tatsächlich cool, wie sich das Spiel so ein bisschen entwickelt Und ich muss auch sagen, es ist besser geworden Weil es ist auch Seht ihr dieses Nebelige? Das war vorher nicht das Das war für eine viel krassere Atmosphäre Das finde ich so geil Und wie gesagt, ich hoffe Die Monster laufen jetzt auch besser rum Weil vorhin sind die ja mehr so ein bisschen rumgeleckt Und das fand ich jetzt nicht so Sonderlich creepy Es war schon gruselig Aber wisst ihr, was ich meine? Es geht besser Und ich glaube, das haben sie jetzt Ein bisschen gecheckt Ich hoffe es zumindest Weil Boah, ist halt wirklich Das Spiel ist halt einfach geiler Wenn es auch creepier ist, logischerweise Also finde ich Ich spiele sowieso gerne Horror Spiele Ich wollte auch demnächst einmal Outlast spielen Aber das Ja Weiß ich noch nicht Das machen wir wahrscheinlich erst nach Valhalla Weil Im Moment ist mit Valhalla irgendwie so Oh, noch Unangenehm Ähm Ich hole kurz den Fotoapparat Foto Dings Sag ich eigentlich immer Das ist eigentlich Foto Dings In diesem Raum ist etwas Lustiges passiert Die ganze Nacht unter meinem Bett Kratzen gehört Doch vorhin fiel mir auf Die Katze ist seit zwei Jahren tot Versteht ihr, was meine So, solche Scheiße Hab ich die ganze Zeit erzählt Digger Tim Ich weiß nicht Oder was Levin Bro, was ist das denn? Überhaupt nicht creepy oder so Bruder, dass Irgendjemand war das auf jeden Fall Und der hatte Die hatten so krank Schiss von mir Der hat mich dann die ganze Zeit In den Keller gesperrt Weil sie schon scheiße Angst hatten Oder war das sogar in dem Stream? Ne, oder War eigentlich in dem Stream War aber eine gute Zeit Was mache ich denn jetzt weg? Scheiße Ich hätte den MF-Reeder oben lassen sollen Das mache ich gleich mit der UV-Cam Aber egal Müssen wir erst mal ein Foto machen Wir sind jetzt hier am blocken, Leute Hallo und herzlich willkommen Joll, jetzt sieht man das hier auch Das ist ja so geil Hallo Leute und herzlich willkommen Zu einem neuen Vlog Wir hatten heute ein bisschen Geister Wie verhindert ihr das Wenn ich das mal in Real Life mache? So In Häuser In der Nacht Tiefdrunkeln Nur Tim Ich Levin Und Schoki Boy Ne, die wären halt nicht dabei Aber Ey, dann mache ich Foto Also, okay Hat es jetzt gezählt? Ist die Frage Fotos Perfekt Drei Sterne Besser kann es ja nicht laufen Das heißt Wir nisten uns hier mal ein Würde ich sagen Das heißt, ich droppe hier mal alles Inklusive Taschenlampe Ich weiß, das ist jetzt vielleicht nicht das Schlauste Aber Egal Wir holen jetzt mal den ganzen Rest irgendwie nach oben Und dann gucken wir mal Ob da vielleicht diese Zwillinge chillen oder so Sandwichen die mich dann? Das ist ja voll assi Kernassi Oh, Red hat mir geschrieben Warte kurz Wieso habt ihr das gerade gesehen? Warte mal Also nicht, dass ich rausgetabt bin Hä? Ah, jetzt Nee Okay, jetzt sehe ich es nicht mehr Perfekt Okay, Red Kannst du bitte mal Ja, bin noch am aufnehmen Bin noch Am Am Auf Ne Nehmen Tut mal leid, Bro Du weißt, dieses Video so hast Und ich weiß es jetzt schon Lol Mikrofon einfach ausgeschaltet Mashallah Mein Nieser hat es einfach Hä, wo ist hier der Eingang? Bin hier komplett vom Weg abgekommen Okay, wir gehen nochmal rein, Leute Wir sehen absolut gar nichts Äh, wir gehen jetzt mal nach oben Ganz creepy hier Eigentlich schon ziemlich creepy Aber wisst ihr, das fände ich auch so geil Wenn es hier wirklich von Anfang an so ein Geist gäbe Ein NPC, das dann rumläuft Die ganze Zeit Und die ganze Zeit halt dann so ein bisschen Anwesend ist, you know Bruder, wie funktioniert dieses Ding hier? Ich check's nicht Will ich das Geisterbuch hier mal auf den Boden? So Äh, ich nehme mal noch den I, M Ne, wir müssen noch die Sprachbox holen Vielleicht funktioniert die ja jetzt Weil irgendwie hat die bei mir nie wirklich funktioniert Egal, wir holen die kurz Halt deine Panasonic 4K Cam Lol, das nimmt das jetzt auf? Lol, was? Lol, dieser Geist ist krank Das ist Ey, das sind so Flashbacks am Blair Witch Ihr könnt mir nichts erzählen Das ist Blair Witch In Phasmophobia Boah, ich finde Gibt's eigentlich Blair Witch 2? Ich würde das übel feiern Dieses Spiel würde ich so hart direkt wieder spielen Weil ich fand dieses Spiel So abnormal geil Höh Wie soll ich das Signal gerade runter brauchen? Kann man jetzt Kann man jetzt vielleicht auch mit der Kamera Die Geister-Obs sehen im Haus? Das wäre echt geil Okay, ich rede jetzt mal dem Geist Bist du hier? Kannst du mich hören? Drücke ich den falschen Knopf? Hallo? Wie heißt du? Ach komm, halt die Scheiße Das funktioniert irgendwie einfach nicht Das ist so viel Müll Ich gucke jetzt mal hier mit der Kamera Sieht man hier jetzt Geister-Obs Muss ich dafür vielleicht das Licht ausmachen? Bei der Kamera auch? Ach so, dann muss ich das hier haben Und das aus Da ist ein Geister-Obs Guck mal Da fliegt eins auf dem Bett Ja, guck, das ist das Ja Boah, bin ich Profi, Alter Das ist aber Oh mein Gott Nein Geh aufs Bett, Mann Alter Ich hab mich glaub ich noch nie so krass erschrocken Bei so nem Spiel, Alter Scheiße, hier ist immer nur eins Oh mein Gott Wir haben den Geister-Obs gefunden Es ist auch ganz anders Was haben wir denn gesehen? Geister-Obs, ne? Zack Ah, das ist aber voll geil jetzt hier, Alter Dass es auch so ne Auswahl hat, ne? Dass man nicht das selber auch immer auswählen muss Oh mein Gott Mein Herz So ein Miststück Ich trau mich jetzt hier nicht mehr raus Hi Na Nehmen wir 5 Ne Lass mich doch einfach in Ruhe So ein Scheißgeist, ganz ehrlich Kann ich überhaupt nicht Überhaupt nicht relatable in meinen Augen Geht das da schon wieder los? Jetzt mach mich einer auf krass, ganz ehrlich Geht das auf dem Bett oder kommt da nicht hin? So ne Scheiße, Mann Ich muss gucken, ob die Aufnahme bei der Fähre noch läuft Sonst ist es scheiße, ja gut, die Läufe Wichtig Und richtig Also EMF ist aber nicht komplett am Ausrasten Ich mach den Fotoapparat auch mal hierhin Wir transportieren ganz kurz alles Sprinten durch den Flur, kennt ihr das? Das sind zum Badezimmer Immer, Alter Immer, immer, immer Und einfach immer noch Einfach immer noch Macht ihr das auch immer noch? Schreibt es in die Kommentare Ich lege die jetzt mal hier Wow What? Das finde ich so schade, dass man das nicht sieht, Alter Ja, aber EMF und Ah, das geht gar nicht Dots Okay, ist ein Ryo, Alter Unreal, Alter Oh mein Gott Scheiße, Mann Leute, wenn es euch gefallen hat Lasst ein Like und ein Abo da Schreibt es mir in die Kommentare Was ich noch so spielen könnte Vielleicht kann ich auch Infosmophobia mal machen Immer, wenn ich Irgendwann ein Geister-Event bekomme Muss ich einen Shot trinken Also Zitronensaft-Shot Oder ich habe ja auch noch In die Zukunft Jelly Beans Die seit zwei Jahren abgelaufen sind Deswegen schreibt es mal in die Kommentare Würde mich echt freuen Und ansonsten Ja War es mit dieser Folge Wenn es euch gefallen hat Wie gesagt Ich sage das immer wieder Tschüss Okay, Leute Einfach Ciao Bis zum nächsten Mal, Leute Ciao Ich habe schon wieder Zweimal Ciao gesehen Bis zum nächsten Mal, Leute 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 Untertitelung. BR 2018